So bla 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 hallo und herzlich willkommen zurück bei Roach Legacy ich bestohne es mal irgendwie so merkwürdig, naja merkwürdig Und mit einer neuen Runde, mit einem neuen Charakter und einem neuen Ritter, whatever Na, ich nehme es Geld nirgends schon und dann packen sie sich hier durch die wände ich bin jetzt einfach mal bangen weil es scheiße ist bitte raus hier da ist ein boss raum, schaffen wir den jetzt? ich glaube schon oh das auge der gatekeeper ja und das gefällt mir nicht was der hier tut ich muss immer hier hoch auf das ist stage nee komm schon, geh down komm schon, die kriegen wir doch down nein, oh genau ranken ich hätte ein double dash machen sollen geil schade äh colorblind dualism the bavarian king den äh 320 kriegen wir doch noch was für ok oh der ist winzig ja er ist so winzig ähm 400 400 400 shit so da kriegen wir nichts mehr für dann gehen wir nochmal zurück und machen mal ah ich glaube mal hp hp ist gut 75 für 75 aber der hat eine hohe magischen speicher so nenne ich das jetzt mal äh mp genau mana mana points und findet irgendwie sehr viel geld wie ich meine halt irgendwann ja ja wie geht es schon aah jetzt entwicklung kassel hamson Besser, noch besser. Au. Okay, das klingt jetzt schon mal gut. Das ist noch mehr Geld für mich. So. Na, Robin. Geh raus. Wie viel da lang? Geh, muss man nach oben. Da oben ist immer gut. Aber irgendwie hier nicht so. Äh, was ist das denn? Was ist das drum? Alter, ich will hier ra... Das war ja schlau. Egal. Next, please. Ich find's ja gut, dass man immer wieder einen neuen Ritter kriegt. Und der immer neue Fähigkeiten hat. So. Jetzt haben wir da 180. Damit können wir uns doch nicht anfangen. Und jetzt sieht man zum Beispiel dieses... 2 in diesem blauen Schweif. Und es ist alles ein bisschen verschwommen um einen rum. Das heißt, er ist... Ist das eine Kurzsichtigkeit? Ich glaube, ja. Nee, weitsichtig. Kurzsichtig, weitsichtig. Kurzsichtig, ja. Genau. Das glaube ich. Ähm... Das haben die halt sehr cool gemacht, wie ich finde. Also dieses verschwommene... Sieht sehr cool aus. Ich muss doch treten. Ich muss doch treten. Ich muss doch treten. Ich muss doch treten. So. Ich muss jetzt mal Ruhe hier. Ruhe im Puff. So. So. Äh, so. Überall Fässer. Das ist, was man zu stören kann. Viele Zerstörungen. Ruhe. Ruhe, ruhe, ruhe. Ja. So. Nein, du bist da. Wenn ich ihn 3-2 Mal hintereinander betrifft, hat man da wahnsinnig Ärger mit dem. Upp. So. Das ist wie Nachbarskinder. Wenn ich einmal ganz stark schläge. Dann kommen sie immer wieder. Nein, natürlich nicht. Äh. Was gesagt. Okay, wird. Ja. Wie. Ich würde mich nicht mal so... Hm. Weiß nicht. Wo sind sie nicht. So. Deswegen fail ich hier bestimmt so hart. Ah. Nachbarskinder. Das Gold platzieren wir mal im Boden rufen. Naja. Techno-Vensch. Das natürlich. Hä. Hä. Äh. Okay. Kommt doch. Nein. Oh. Ja. Und jetzt noch zurückkommen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Oh. Schade. Echt schade. Bisschen fällt. Schade. Echt schade. Geht halt. Down, man. Fucking. Grab hier. So. HP drin. Noch einen Endboss. Äh. Schaffe ich aber jetzt eigentlich nicht so. Okay. Der ist noch. An. An. Angesiegbar. Nämlich. Äh. Kann man ja noch weitergehen? Kann man ja noch weitergehen. Aber nur wenn man nicht so viel ist. Ist natürlich. Müsste ich doch mal gucken. Kann man auf jeden Fall so runter. Dann gehen wir hier mal runter. Ich war jetzt nicht witzig bin. Ich hätte jetzt gerne nicht mehr daheim rumlaufen gesehen. Naja. Ich bin aber nicht alles am. Oh. Jesus. Dieses Spiel, ne? Also manchmal macht es mich ja. Verrückt. Kritiker. Kommt schon, gibt mir irgendwas Gutes. Night Cape. Okay. Blutwind. Ja. Ich hab das schöne Ding angeschlagen. Ja. Gibt mir alles. Ähm. Ach ja. Ich erkennt das Paketunternehmen nicht. Ich weiß nicht, was das bringt, aber. Okay. Ähm. Hier oben waren wir schon. Ich hab doch oben raus. Ne. Warte mal. Das ist ja der Boss. Gucken wir ja gleich ab. Wieso hat das ja denn jetzt gescroyed? Hier hinten ist gar nichts mehr. Glauben wir noch nicht. So. Gebt mir doch bitte mal HP, Leute. Und äh. Ach. Immer mal. Ah. Aber da oben. Ja. Das war. Den konnte ich eigentlich nicht schaffen. Es sei denn ich hätte jetzt einen Dash gehabt, aber. Den hatte ich ja nicht. Na gut. Äh. Ne. Nehmen wir doch mal eine Kanzel. Gigantism. Ja. Nehmen wir Gigantism. Gigantism ist schön. Upgrade Mage machen wir jetzt erstmal noch nicht. Wir gucken uns erstmal die Waffen an. Aber wir haben jetzt 860 Gold. Das will ich eigentlich schon. Wait. Plus 10. Coole Sache. Äh. Was kann der hier? Sprintruhne. Ja. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Das. Da gibt's noch nix. Da gibt's noch nix. Da gibt's noch nix. Ähm. Es ist natürlich. Ähm. Der Dash ist nicht schlecht. Und die Jump. Ich mach nochmal den Dash. So. Das ist nur so ne Sache. Geh nach Drachdash. Wie ist's dann im nächsten Caster aus. Die ziehen wir dann in der nächsten Folge von Roach Legacy. Wir sehen uns.